Ich sag's nochmal, Hosenstall, Bügeln besoffen, Affe, Käse, Kuchen. Vergessen Sie das nicht, meine Damen und Herren. Okay. Ich dachte, weil ich hier die einzige Frau bin, wie immer, schreibe ich mir über die Probleme einer Frau. Und was wollen wir Frauen eigentlich? Wir wollen immer gut aussehen und wir finden uns meistens zu fett. Und wir wollen immer selbstbewusst und offen wirken. Wir wollen, ja, ich hab mal drüber geschrieben. Der Song heißt Problem einer Frau. Wie lang geht der? Oh, der Bäcker klingelt nicht aus dem Bett. Ich betracht mich im Spiegel und find mich zu fett. Oh, also was mit wenig Kalorien? Ich will's versuchen mit diesem fettarmen Käsekuchen. Und dazu ein Wein, der macht mich selbstbewusst und offen. Oder vielleicht auch ein bisschen muss aufkommen. Oh, die Probleme aller Frau. Oh, 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 oh. Nichts, was nicht Probleme machen kann. Oh, die Probleme aller Frau. Und manchmal wünschte ich mir einen Mann. Oh, oh, oh. Was zieh ich nur an? Vielleicht ja diese Fluse. Nein, die muss ich ja noch bügeln. Wann nur bleibt denn meine Wuse? Ich verzweifle hier noch. Mein Schrank ist ein Apenstall. Ich krieg den Anfall, der mann losen Stahl will einfach nicht zu. Probleme einer Frau, nichts, was nicht Probleme machen kann. Oh, Probleme einer Frau, manchmal wünschte ich, ich wäre ein Mann. Probleme einer Frau. Applaus